Hey Leute, mein Name ist EpicStun und heute spielen wir eine Runde Brawl, mit dabei ist der Let's Phil. Ja moin. So, wir spielen hier auf der Map Quidditch, ne? Ist das? Ja, Quidditch. Die ist eigentlich ganz nice. Sponsert, ja. Guck mal, ich flieg jetzt weg, tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich? Bist du durch die Wand gebracht? Ich bin gestorben. Das ging ja schnell. Okay, Phil, ich drück dir jetzt erstmal keinen Mapper rein. Ach du Scheiße, Junge. Aber ich hab gar nichts verloren, ne? Nichts? 0%? Ach du Scheiße. Ne? Oder? Ja, ja, doch bei mir auch. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Hä, was, dein Flugzeug benutze ich nie wieder. Ne, vor allem, da fliegt man so weit irgendwo weg, ne? So weit, bis man irgendwo an eine Plattform oder so kommt. So, ich such jetzt ein gutes Item für dich. Tschüss. Ja, und zwar ist hier ein Steinschwert, das du gesehen hast. Oh, guck mal. Ja, ich hab dafür was viel besser was. WTF? Ein paar Prozente sammeln. Ach du Scheiße. Nixigst du dir auch? Ach, 37 hast du schon, das ist schön. Ah, du jetzt auch gleich so viel wie ich. Oh Gott. Was ist das hier? Cluster, Cluster Grenade. Also jetzt hast du genauso viel schon. Oh, 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 oh. Oh. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, shit. Man, ich brauch irgendwas Gutes für dich. Irgendwie so ein Raketenwerfer nochmal oder so. Oh, sehr nice. Nein, der ist am Arsch gegangen. Fuck, was ist das? Nein, das jetzt, was war das? Das war Raketenwerfer. Ah, stimmt. Ja, klar. Aber jetzt sind wir beide orange. Beide 50. Oh, ja. Komm her, Mann. Alter. Oh, vor allem, hier unten liegen ja auch nochmal Items, ne? Hier war ich... Oh, ich hab Schnelligkeit. Ja, wo bringt ihr mich? Ey, ja, ja. Lol. Was ist das? W-w-w-w-w-loll. Oh. Das geht ja auch noch. Oh, du Scheiße, hab ich komplett vergessen. Ich hab dich richtig grad gut gehittet. Das... Oh. Alter, nee, das ist ne gute Idee eigentlich. Oh, Junge. Oh, shit. Was ist ne gute Idee? Na, egal. Passt schon. Willst du mich hochheben hier? Nee, nee. Alter. Wo bist du? Oh, du bist da oben. Ja, da, ja, da oben. Oh, oh. Hör auf! Ja. Ja. Nein, nee. Niemals. Niemals. Das bringt gar nichts, vor allem, wenn wir am rankämpfen. Tschüss. Du siehst, das bringt nichts. Man kann sich immer irgendwie immer wieder retten, ne? Man muss halt so aus Lack mal in so ein Loch fallen. Das stimmt. Ach, du Scheiße, wie weit... Oh, hör auf. Ach, du Kacke. Wie viel hast du jetzt? Okay, ich hab erst 81. Ich hab's nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Aber dafür bin ich schon einmal gestorben, ne? Ja. That's right. Oh, shit. So, liegt hier irgendwas... Oh, hier liegt nochmal Raketen. Wenn man an die Wand fliegt, bekommt er nochmal ein bisschen mehr Schaden, oder? Ich weiß es nicht genau. Alter, wie ist ein Loch federt. Weil ich treff dich immer direkt. Oh, Gott, wie das gerade leckt. Alter, das leckt. Ja. Komm mal her jetzt. Na, ich kann hier, sag ich mal, gut ausweichen. Oh, Gott. Moment, das erwartest du jetzt nicht. Zack. Oh, wie knapp das immer ist. Nein. Das war ein Millimeter. Ich suche jetzt hier. Wann soll man da weg? Irgendwann ist gut. Ja, das wäre vielleicht zu heftig sogar. Quatsch. 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 Ich habe meinen Sofort teleport verschwendet dafür. Oh. Oh. Ach so. Nein. 339. Ich weiß nicht, vielleicht steht man ab 500? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Warte, hier sind Löcher. Oh. Noch mal. Das gibt es doch nicht. Wenn die Wand echt nicht da wäre, weißt du, dann wäre es schon viel schneller vorbei. Ja. Ich würde mich trotzdem noch hochheben. Oh. Nein. 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 Was? Das gibt's. Was war das denn? Ach du Scheiße. Was ist da passiert gerade? So Leute, die zweite Runde startet. Wir sind jetzt auch auf einer anderen Map. Ähm. Es hat zwischendurch ein bisschen geleckt, ne? Aber jetzt läuft alles flüssig. Ja. Wir mussten hier gerade warten. Ja, ein bisschen. War ein Stöhnchen. Oh Gott, ich wollte gerade schon sagen, Alter. Tschüss. Nee, nee. Heute nicht. Erst morgen vielleicht. Oh, Alter. Bist du auch unterwegs sein? Nein, oder? Nee, nee. Klar. Ja. Ich hab gar keinen einzigen Prozent verloren. What the fuck? Mensch, epic. Das geht aber schnell heute. So, Cluster Grenade erstmal in eine Richtung, so. So. Gehen wir erstmal in da in eine Richtung. Komm, geh bitte weg. Mach mal wieder ein 3-0. 3-0? Hättest du wohl gern. Ja, klar. Warum fliegst du denn da nicht ins Loch rein? So, ich brauch jetzt gute Waffen hier erstmal gegen dich. Ja. Also, ich kann nicht springen grad. Ja, das ist ja schade, ne? Was ist das? Ach, weil ich die Schnelligkeit 2 habe. Das ist ja scheiße. Dann kann man nicht springen, ne? Nee, nee. Jetzt geht's. Weißt du? Schon mal. So ist das, wenn man hier, ich hochhebe. Erzähl mal. Alter. Leute, wo bist du denn? Was? Ach du Scheiße. Was war das denn? Ich muss hier einen Jumpman machen, dass ich hier wieder hoch kann. What the fuck? Ich bin hier drin, ne? Ja, ey. Der hat sich da irgendwie reingeschmissen, ne? Aber schau mal, was jetzt kommt. Ja, was kommt denn jetzt? Huh? Warte mal, warum läuft hier drauf? Was war das denn? Du Hacker? Ich hab das Geld auf dich gemacht. Und da habe ich den Flammen davon benutzt. Ja, ich hab's gemerkt. Dann kriegst du ja die volle Power. Junge, ich kann nicht mehr springen. Ich brenne die ganze Zeit. Aber diesmal lebt's nicht. Junge. Was ist denn hier los? Oh shit. 6-0 insgesamt. Ne, oder? So. Bist du da drin? Ach du Scheiße. 167 hab ich jetzt. Oh Gott. War knapp, ne? So, ich will mir jetzt ein Flugzeug und fliege weg. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin safe, kein Problem. Okay. So. Jetzt komm ich mal hier hin. Oha, ich brenne. What the fuck? Richtig? Vielleicht mal hinten hier? Hier ist Lava drin. Warte, was ist, wenn ich hier reinfliege? Bist du gestorben? Ja. Ach du Scheiße, das hab ich ja nicht gewusst. Instant down. Ja, instant. Guck mal, warum brennst du denn die ganze Zeit? Oh. Nice. Und der Luft. Und jetzt, pass mal auf. Ne, ne. Ich wollte dich hochheben. Tschüss. Oh mein Gott. Ach, hey wie das? Weil ich 120 hatte. Ach so Scheiße. Er fliegt einfach 1000 Meter rein. Alter fuck, 2-2. Tschüss. Aber jetzt sieht's schlecht für dich aus. Warum sieht's denn jetzt... Oh stimmt. Oh Gott, das sieht echt schlecht für mich aus. Ich muss dich nur einmal gut hochwerfen. Du wirst dir überhaupt nix machen. Guck mal. Pfff. Das ist immer so eine klare Seite. Shit. Komm her. Na. Komm her. Zack. Hä, was? Ach du Scheiße. Nein. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Aber jetzt weg hier. Und, nein. Und? Oh mein Gott. Oh Gott, wie weit fliegst du denn? Oh, du bist aber auch schon da war. Ist das knapp? Nein, das war knapp. Mein fuck. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, ja, ja. Lol. Wo bist du? Lol. Du bist da drin. Wie gut. Komm mal raus. Wie gut. Du hast erstmal einen Raketenwerfer. Oh Gott, ich hab... Alter, shit. Ich hab auch schon richtig viel. 75. So, ich brauche noch... Oh, 200, Alter. Komm, jetzt bist du instant down. Ich bin hier nicht instant down. Zack. Oh mein Gott. Oh was? Ach du Scheiße. Das ist so viel. Alter, das gibt's doch nicht. Hat man no chance. Das ist halt jetzt bei 250 oder so. Oh mein Gott. So, Leute. Dritte und letzte Runde. Mal sehen, wie's jetzt läuft. Jo. Oh shit. Aber... Oh shit. Wir müssen mal schauen. Vielleicht könnten wir auch mal... Ja. Nur so heftige Items einstellen, weißt du? Dass die auch... Ja, das ist eigentlich auch... Ja, das hab ich mir auch gedacht. Weißt, so einen Smasher... Hatten wir jetzt... Hab ich so lange nicht mehr gesehen eigentlich. Ne, ich auch nicht. So, komm, mach mal hier keine Faxen. Oh oh. Nein. Roll, wie gut. Ich bin der Henkel. Oh, sehr schön. Guck mal, direkt wieder zum Einstieg. Oh mein Gott, 94 zum Einstieg. Ne. Komm her. Ne, was sagst du ne? Warum? Ich hab hier was. Ach du... 216. Ist das gut. Ich wollte dich auch nehmen. Ne, wenn du mich einmal nimmst. Ich bin so down. Ich weiß. Komm mal her. Fick dich nicht, man. Oh. Ich hab neun, gell? Ich hab neun. Hör auf. Tschüss. Nein. Nein, fuck. Aber ist das gut. Nein, shit. Das ist mal ne gute Runde, weißt du? Ne, ne. Jetzt wird's noch 2-0, aber jetzt wird's gleich schon 2-0. 2-0 stehen. Oh, man. Komm, jetzt hör mal auf, hier zu schlagen. Tschüss. Alter. Wtf extra hast du unter nem Block, das man nicht mehr so gut sprengen kann. Oh. Was? Was war das denn? Leil. Das war echt... Vielleicht bin ich auf einmal rausgeflogen. Leil. Was war das denn für ne Runde? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Das war ein schöner Abschluss. So Leute, das war's mit der heutigen Brawl Runde. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.